Gespräche in Washington. Bundeswirtschaftsminister Habeck will die kritische europäische Position zum US-Inflationsbekämpfungsgesetz erläutern. Dabei geht es um umstrittene US-Subventionen für grüne Technologien. Habeck sagte, er rechne zumindest in Teilen mit Zugeständnissen der Amerikaner. Dritter Streiktag in Frankreich. Die Gewerkschaften haben für heute wieder zu Protesten gegen die geplante Rentenreform aufgerufen. Vor allem im Bahn- und Nahverkehr wird mit Behinderungen gerechnet. Die Regierung will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Im Parlament wurde gestern über das umstrittene Reformprojekt debattiert. Das Wetter. Heute nach Auflösung von örtlichen Nebel- und Hochnebelfeldern zumeist sonniges und durchweg trockenes Wetter. Temperaturen von minus 1 bis plus 7 Grad.